Oh ja, wir haben übrigens 500k Follower jetzt auf TikTok. Poggers. Und wir haben mal wieder in einen weiteren Banger gelandet. Und zwar den hier. Wo ich nichts sage, außer lache. Wer würde eher im Restaurant sein Steak nicht bezahlen? Das sind die einigsten 1,2 Millionen Views ever. Hör du, ich esse nicht mal Fleisch. Deswegen würdest du es ja auch nicht bezahlen. Das war's. Drip check. New York Yankees auf der Kappe. Das habe ich verloren. Aber Stone Island. Auf gechillter Trip. What a flip. Drippt er in Bruno Banami? Also chill Trip heute. Und zu guter Letzt in den Slides Yeezys. Slides. Opium. Opium. Trip check. Digga, ich liebe ihn so sehr. Oder no joke. Bei uns in der Klasse ist ja der Ohio der Klassen-Meme. Und bei, wenn wir, weil ich freue mich einfach schon wieder, wenn ich meine Klassen-Kollegen sehe. Weil du hörst ja schon beim Aufzeigen Ohio schreien. Die Reaktionen von den Lehrern. Bei uns. Digga, hey. What the fuck, bro. What the fuck, Digga. Ich liebe ihn, ey. Ich liebe ihn. Beste Mann. Beste Mann. Und jetzt zieht euch dein Insta rein. Als Vergleich. Hat schon letztes Mal gelingt. Bruder. Digga, das macht gar keinen Sinn. Digga. Playboy einfach. No joke. No joke. No joke. No joke. No joke.